Herzlich Willkommen zurück zu Diablo 3 mit Olli89, Mr.Tor und mir, dem Follower. Hallo Leute. Ja, ich habe gerade gesehen in der Pause, ich bin schon wieder Level Up, das geht hier so schnell. Unglaublich. Ja, du hast dann schon irgendwie so Kräfte dafür. Und übrigens muss ich noch dazu sagen, das habe ich ganz vergessen, ab jetzt ist für mich selber das Spiel absolut total blind. Also hier weiß ich gar nicht mehr was passiert, den Rest hatte ich ja schon mal bei Saraza und Gronkh gesehen. Bis hierhin aber auch nur, da habe ich aufgehört zu gucken. Hauptsache mal übergeschrieben. Was? Oh, 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 oh. Abenteuerlicher Wächterbogen des Sternenlichts, den gucke ich mir doch jetzt mal an. Ja, genau. 20,3. Na, er hat 0,1 Schaden weniger. Aber 1,4 Angriffe pro Sekunde. 2-3 Arcan Schaden. Getötet gehen ja 5. Ah, die hat plus 7. Oh, das ist jetzt schwierig. Was wollen wir in dem Ende Müsse machen? Und der eine, ne, die Armbrust macht 17 bis 20 Schaden und wir bogen hier 6 bis 23, dann behalte ich lieber die Armbrust. Okay. So. Oh, hattest du den W-Punkt da eigentlich schon aktiviert? Ja. Ohne Truhe. Auch Kiste. Ja, Kurzstab, Fellhandschuhe, 730 Gold. Ja, super, du hast es noch kurzstab und so kaum. Kurzstab, ist so einer für mich? Ja, aber nicht magisch. Zwölfeinhalb. Komm, die schmeißen direkt weg. Na ja, die kannst du auch da schon liegen lassen. So, da unten haben wir noch was nicht aufgedeckt. Oh, da umliegt noch Gold für mich, sehe ich gerade. Das ist auch eine Kiste. Oh, eine Kiste. Schwache Heil dran. Oh, ja klar, einen Eichenzauberstab, den brauch ich schon. Hey. Ja, ist doch wahr. Hast du ein böses Wort gehört? Nein. Doch. Nein, habe ich nicht. Ich fühle mich stärker. Ja, Level A. Ja, das ist okay. Ich brauche keine Sala Granaten freigeschaltet. Na ja, ist klar. Ich brauche keine Sala Granaten freigeschaltet. Ich brauche keine Sala Granaten. Ich brauche keine Sala Granaten. Ich habe meine Blutung freigeschaltet. Wunderbar. Du bleibst mal bitte stehen. Du musst deine Blutung sehen, da gehe ich weiter. Also, ich meine, irgendwann sind noch mal Grenzen, ne? So ein Bola-Schuss. Guck mal her. Granaten. Werf drei Granaten, die von Hindernissen abprallen und explodieren. Da finde ich aber meinen Bola-Schuss momentan geiler. Na komm, aber ausprobieren tun wir es mal. Schnellfeuer. Was haben wir denn da? Du Sporen. Perverse Schwein. Warte, ich gucke mal, ob ich irgendwelche Mönchs-Binden habe. Ne. Mönchs-Binden? Leider nicht. So. Jetzt gucke ich mal. Achte. Lass doch hier runterlaufen. Oh, super. Oh, das war so schlecht. Die Wahl ist jetzt auch mal. Jetzt komm doch mal. Ich komme. Ich kann mal ausprobieren am Leben. Okay. Oh, das war so schlecht. Toll, Schluchtgranaten haben. Geil, ne? Wann krieg ich denn mal endlich was cooles? Tja. Hier, guck mal, ich hab da so ein Buch. Wo? Da. Ach, hier, oder? Oh, ja. Alle sind tot. Ja. Mach. Boah. Boah. Ich wollte nichts mit ihrer dunklen Magie zu tun haben. Ich konnte die Schreie meiner Kameraden hören. Aber ich konnte nichts mehr für sie tun. Alter, die Granaten, die hauen aber übelst rein, ey. langsam fühlte ich mich echt ein bisschen benachteiligt weil du lebst die ganze zeit auf was schöne sachen ich sehe gut aus naja du hast deine blutungen die habe ich sogar eingeschaltet schön ja es ist so bockig lass mich ja siehst du fängt schon an prinzesschen wieso habe ich denn hier meinem inventar eigentlich noch 4 14 feinde essen der bestand weggetan oder kannst nur bestimmt eine bestimmte anzahl auf in der truhe verteilt bis sie voll ist einfach so spitzig aber normal kannst du über 100 so entweder ist ein bogen so stark und ich habe übel sind krassen schlag die granaten glaube ich die sehen zwar nicht so dass du dir jetzt auch vom rechtsklick oder ja die granaten sind links und rechts ist dieses messer mit der blutung besser mit der blutung hier und hat man nun jetzt haben wir reden ach so lassen wir gerade noch mehr hier runter gehen bevor wir weiter machen dann haben wir den rest von der karte hinten auf weil hier ist der innenhof aha er kann wir müssen an der leonis oder erst herrlich der blau ist ein eichen zauberstab der bestehen geworfen denn hast du hingeworfen willst du dir halt mit so ganz schranken doch eigentlich schnell ab wie lange dauert das noch ich weiß noch etwas was sagt mir unten sein müssen wir als halb warum höre ich nicht so schlecht naja meine freundin kam gerade hat mir im bild gezeigt macht ihr denn sowas weiß ich nicht doch mit der faust bevor deine schwester nicht zuhört kommt noch na ja 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 ist doch mal hier geht schon mal nicht weiter der pult denn da die ziegen hier hallo ich schieße gar nicht mit meinem bogen ich schmeiße nur noch die dinge an na du bist toll ich glaube dafür werde ich noch voll mächtig der ist ein paar teile zerflogen dafür bin ja dafür bin ich uns die ganze zeit am heilen ja ich finde das gut ich habe glaube ich ach ne nur ein bogen der kann weg das wird auch so wie ein baum das geht ja immer flotter mann oh 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 aha 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 ich glaube ich habe so dich gefunden ich kuck jetzt mal rein ja 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 was Also hier den Schlägel schmeiß ich mal weg. Was ist denn das für ein Ding eigentlich? Versteinert der Stamm, ey. Hm, ne. 29 Handschuhe, braue ich nicht. Kannst du die brauen? 30er. Ja, dann habe ich doch nichts für dich. So, bin schon gewohnt. Ja, tut mir leid. Ja, ist okay. Ich muss jetzt mal öfters meine 1 benutzen. Taste 1, ich vergesse die ganze Zeit. Da liegen nur Leichenteile rum. Stark, ich wäre ein friedfertiger Mönch. Ah! Oh, das sind die unten, ey. Achso. Die sind dann nur noch ein bisschen rumgejumpt. Habe ich den jetzt gefunden. Irgendwas, was ich benutzen kann, oder? Natürlich. Ich habe einen hochwertigen Zweihandstreitkolben. 19,1. Zweihandstreitkolben? Du musst doch direkt, du denkst direkt wieder, ne? Ja, ist schön, so ein Streitkolben hätte ich auch gern. Ach, hier geht es schon, Brücke? Ich habe einen Dreihandstreitkolben. Also, hier über die Brücke gehen wir noch nicht drüber, da blinkt es nämlich ganz wild. Ha! Ich habe schon, wer hat magisches gefunden? Ja, du bist ja auch ein Arsch. Oh. Ja. Ja. Ein Barbargürtel. Oh, mit 36 Scheiße. Ich habe die 27, die kann sich anziehen. Ich habe auch nur Barbarsachen, die sind scheiße. Kannst du die anziehen? Natürlich nicht. Ich hatte gedacht, sonst hätte ich den nicht direkt gegeben. Gold. So. Ah. Oh, Segen. Ups, ich müsste mal kurz aufstoßen. Jo. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh, ich habe wieder ein Rotkäppchen gefunden. Oh, noch ein Baum, noch ein Baum. Wo? Daumen. Ah. Hier noch einer. Ja, deine Granaten sind echt mal geil. Ja, jetzt haben sie doch ein bisschen wenig Schaden gemacht. Also, hier die Messer mit der Blutung, die machen richtig Schaden, mein Freund. Aber er will auch schon Blutungen haben, ne? Was ist denn hier das für ein Zeichen? Oh, hier ist eine Truhe. Da, das Portal ist verschwunden. Das Portal ist geschlossen. Was ist denn von dem Portal? Das ist ein komisches Zeichen. Oh, 51er-Kopfschutz. Kochschutz? Kopfschutz. Geil, ich habe so geile Sachen für den Barbar wiedergefunden. Da unten. Hier würden Piss auf. Na? Ach, da unten bist du. ich will mal ein paar alleine umbringen magst du nicht mehr was für romantischer und rücksichtsvoller ist so zum richtigen rücksichtslosen probian mutiert es tut mir wirklich leid kommen wir ja schon von arm nee scheiße siehst du kannst es daheim so ich würde sagen kurz auf die als komment über die brücke gehen ja geh voran schluck von meinem getränk nehmen jetzt nehme ich jetzt auch mal wunderbar wunderherrlich es gibt doch noch ehrliche sachen auf der welt was ist das denn da ach so oh blaue bittchen mal auf hier wir warten ins gesicht zu schmeißen soli der partner schon wieder rum ich sag mal doch gerade gold da unten auf ja kommt dann mal wieder hoch ja das war das war der abschiedsgruß oder so genau danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschö tschö